Henssler-Schnellnummer. Heute gibt es einen lauwarmen, leckeren Zucchini-Salat mit Zitrusdressing. Wunderbare Säure, gekocht aus einem Zwiebelmus. Also dranbleiben, gucken. Übrigens, falls ihr dieses Video jetzt bei Instagram oder Facebook seht, am allerbesten ist es, wenn ihr das immer bei YouTube guckt und da gleich abonniert, weil da kommen die Videos immer als allererstes. Jetzt aber hier, Zucchini weg, Zwiebel, einfach halbieren und dann grob runterschneiden. Zwei Stück und die kommen in einen Topf. Unter shop.steffenhelser.de könnt ihr natürlich das Messer bestellen und die Pfanne gibt es jetzt auch. Weiter geht's. Wie gesagt, einfach nur einen Topf ohne Butter, ohne alles. Jetzt haben wir hier Gemüsebrühe und damit jetzt die Zwiebeln bedecken. Und dann lasst ihr das Ganze jetzt einkochen. Und wenn es eingekocht ist, also sprich die Flüssigkeit weg ist, sollte die Zwiebel eigentlich gar sein. Während die Zwiebel kocht, jetzt hier die Zucchini Sutsche über den Hobel ziehen, dass wir dünne Scheiben bekommen. Direkt auf die Zucchini jetzt hier ein bisschen Zitronenschale. Es ist immer wichtig, wenn man Zitrone benutzt, auch ein bisschen Schale mitzunehmen. Dann hat auch ein wunderbares Zitosaroma. Nicht nur durch die Säure, sondern auch ein tolles Aroma. So. Wollen wir da rein und besorgen für den Shop, glaube ich. So. Jetzt voll auf. Jetzt machen wir aber noch ein Filet von der Zitrone. Ich darf jetzt oben und unten abschneiden. Und jetzt müsst ihr hier an der Seite mit dem Messer vorsichtig runter, bis ihr auf das Fruchtfleisch trefft. Genau. Und dann zieht ihr einmal rundherum die Haut weg. Wie ihr ein Filet macht, zeige ich euch gleich. Und jetzt habt ihr hier rundherum die Schale weg, vorsichtig mit dem Messer immer links und rechts reingehen, dass die Filets rauskommen. Wenn ihr jetzt sagt, habe ich keinen Bock drauf, natürlich könnt ihr auch einfach Zitronensaft ranpressen. Aber erstmal eine kleine Variante, sozusagen ein Upgrade von der lauwarm zu kriegen. Schnell noch kleiner Tipp. Filets habe ich halbiert. Dazu gegeben, jetzt hier den Rest einfach nehmen und auspressen. Den Saft wollen wir auf jeden Fall mit reingehen. Brühe ist verkocht. Ich mache hier mal einen Test. Na ja, ein Stück nehmen einfach. Ganz weich gekocht. Wunderbarer Brühingeschmack. Natürlich könnt ihr es auch mit Wasser machen, mit Brühen natürlich mehr Power drin. Ich würde es einmal mit dem Kochlöffel, so ein ganz bisschen kaputt machen. Das ist noch ein bisschen kleiner hacken, sozusagen. Und das gehen wir jetzt hier auf unsere Zucchini. Ihr braucht noch keine Sorge haben. Dieses Schaden von der Zwiebel ist jetzt komplett weg. Wichtig ist jetzt aber anständig würzen. Und zwar eine gepflegte Prise Gewürzsalz. So, komm her. Und Pfeffer. So, ruhig ein bisschen mehr. Jetzt kommt Olivenöl dazu. Jetzt gucken wir mal hier wegen Schnittlauch. Achtung. So, prägt sich hier Schnittlauch, ne? Guck mal. Habe ich von da weggenommen. Jetzt hier schneiden, auch nicht zu fein, mit dazu. Jetzt vermengen wir das Ganze. Uh, heiß. Uh, ja, oh, ha. Kleiner Tipp, ein bisschen warten mit dem Vermengen. Das Gute ist aber, durch die Hitze von der Zwiebel fällt jetzt die Zucchini auch ein bisschen zusammen. Und bevor es jetzt anrichtet, würde ich einen Moment warten. Ich probiere aber mal. Boah, geil. Boah. Auch Säure. Man könnte denken, man müsste das Zitronsaft nachlegen. Also ich finde nicht. Das Einzige, was ich machen würde, jetzt hier ein bisschen die Zucchini noch so, sagen wir mal, zwei Minuten in den Topf lassen. Dass du die Wärme der Zwiebel fällt erst ein bisschen zusammen. Dann anrichten und essen. Aber das sage ich jetzt schon. Boah, das ist ein Un... Ha, ha, ha. Vegan. Alter. Vegan. Ich rieche durch. Ho. Hm. Und hier ist die Einkaufsflüsse für lauwarmen Zucchini-Salat für zwei Personen mit Zitrus-Dressing. Gebraucht eine Zucchini, zwei weiße Zwiebeln, eine Zitrone, Schnittlauch ein bisschen, 200 Milliliter Gemüsebrühe, Olivenöl nach Geschmack. Na wie war es gerade, ca. 50 Milliliter. Und denk dran, das Ganze ist vegan. Wenn du sagst, scheiß auf vegan, haut da schön Parmesan drauf. Würde top passen. Guten Appetit.